Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Okami. Ja, ich konnte nicht anders, wir mussten uns diesen Bär hier auf jeden Fall nochmal angucken, bevor es dann endlich weitergeht. Das ist so klasse, ey. Ja, ein bisschen anstrengend gewesen beim letzten Mal und nicht wirklich... Na doch, erfolgreich war es schon, aber nicht sehr spannend. Aber ich sag mal so, das ist wirklich die einzige Nebenquest, die nun wirklich so, so, ja, gar keinen Spaß macht, sag ich mal. Die auch nicht interessant ist, um zuzuschauen. Der Rest, der geht eigentlich. So, ich würde sagen, geht es hier eigentlich schon zur Brücke. Gucken wir doch gleich mal. So, Hitoshio-Quelle. Ne, ist eigentlich falsch, aber kaufen könnten wir ja trotzdem mal was. Ja, wir sind geschickt worden, um ein bisschen einzukaufen. Und wir kaufen ein bisschen Futter, denn... Futter brauchen wir, weil im Dojo konnten wir ja gar nicht mal so viel Geld ausgeben. Deswegen kann ich hier ruhig ein bisschen mehr Futter-Säcke kaufen. So, hier haben wir im grünen Zeug noch ein bisschen was Fleisch. Fisch von mir ist auch noch. So, und das dürfte dann eigentlich auch erst mal reichen. Verkaufen tun wir noch nichts. Ich würde sagen, wir sparen jetzt ein bisschen, denn... Äh, macht jetzt keinen Sinn irgendwie... Ja, den ganzen Kram zu verkaufen, da wir jetzt eh nichts lernen können. Was füttern? Wo war hier was? Ich sag's ja, Leute, hier sind überall kleine Vögelchen und sowas, und das sieht man meist gar nicht. Und so geht einem dann eben das Glück durch die Lappen. So. Ich lese immer noch mal das Schild, ob wir jetzt überhaupt richtig sind, aber ich denke doch. Geradeaus zu den Zutaruinen, rechts zur Taka-Ebene. Sehr gut. Dann wird hier die Brücke sein. Die Truhe haben wir geöffnet. Gut. Na dann, schauen wir uns doch hier mal um. Der kleine Junge müsste ja daran arbeiten, aber irgendwie sieht das noch gar nicht so... ...berauschend aus. Aber der Hund freut sich. Guckt mal, wie er sich freut. Er guckt genauso ausdruckslos wie unsere gute Amy. Außer, dass wir die Zunge nicht rausstrecken. Hey! Sieh nur, ich hab das Seil auf der anderen Seite festgemacht. Hey, du da. Nimm das Seil aus meinem Weg. Oh oh. Was ist... Hä? Susano? Ähm... Was geht hier vor sich? Meine neue Geheimtechnik. Implodierendes Fass. Fliegender Affen war ein Flop. Hahaha. Ich bin dabei auf diesem Baumstammfluss abwärts gespült worden. Da kommt der... Ähm... Halt die Angelroute gut fest, Junge. Ja, und Amy. Sehr gut. Ähm... Nein! Warte, lass sie los! Oh oh. Nein, Leute! Ich... Ich hab gesagt, loslassen! Ähm... Ja. Super. Hahaha. Hahaha. Gut, jeder hält sich an... Hier in seinem Rücken fest. Amy, schnell! Benutze deinen göttlichen Pinsel! Na gut, dann wollen wir das doch mal tun. So, wir haben überregen. Und... Irgendwo muss dazu dann auch... Ja... ...ein Pflänzchen sein. Nur seh ich momentan keins. Doch da. Da ist schon mal das Erste. Und irgendwie... Warte, Moment. Ich glaub, ich muss von der Rebe... ...zu unserem... ...Baum. Okay. Wow. Ganz ziemlich schnell. Da braucht man schon fast die Reflexe eines Jedis. Aber ich hab ja ziemlich hohe Midi-Glorian-Werte. Von daher sollte das funktionieren. So. Ich weiß gar nicht, ob wir alle... ...alle sechs jetzt festbinden müssen. Aber wahrscheinlich schon. Wäre sonst ein bisschen zu einfach. So. Na, das wird auch mal schneller. Aber da hinten ist was. Wer, Leute? Nein! Ich darf jetzt hier nicht failen. So. Die können sich ganz schön bei den, die so reden. Oh. Ja. Cool. Äh. Puh. Ich dachte schon, wir wären erledigt. Hm. Aber es hat ja geklappt. Seht nur. Die neue Brücke. Tja. Eine neue Form des Brückenbaus. Hab ich das etwa gemacht? Hm. Ja. Das hast du. Du warst das ganz allein, Junge. Ich weiß nicht, was dich bedrückt. Hm. Aber du wirst im Leben nirgendwo hinkommen, wenn du vor Abenteuern davon läufst. Du solltest deinem Hund danken, dass er dir das beigebracht hat. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, Ume. Danke. Ähm. Hey, wo ist der Alte hin? Ich bin mir sicher, er braucht mehr als das, um den Typen um... Es braucht mehr als das, um den Typen umzubringen. Naja. Auch egal. Der taucht schon irgendwo wieder auf. Ja, das wird er wahrscheinlich. Ich meine, er ist auch gerade irgendwie mit so einem riesen Baumsturm angerast gekommen. Ach, das wird wahrscheinlich tausend Leben. Und die Musik ist natürlich mal wieder extra klasse. Ich könnte ewig zuhören, Leute. Ja, haben wir es geschafft und wir bekommen 10 Glückspunkte dazu. Superb. Superb. Er hat geguckt und, ja. Aber guckt mal, sie sehen sich echt fast ähnlich. Ey, Ume guckt in die Kamera. Ich glaube, er will euch grüßen, Leute. Ja. Ja. Nehmen wir natürlich auch. Nehmen wir natürlich auch. So. Tintenkugeln-Tipps. Yay. So. Wisst ihr was? Ich werde mal wieder die Waffen tauschen. Ich werde das hier wieder hin und her tauschen. Ich weiß nicht, ich greife lieber mit dem Spiegel an und die Kugeln so als Fernkampfwaffen. Die Taka-Ebene liegt da vorne, die große Ebene in den Bergen. Bereiten wir uns mal auf das Schlimmste vor. Aber hoffen das Beste. Lass uns mal weiterziehen, du großes Fellknäuel. Ja. Mal gucken, wie es hier ausschaut. Okay. Das sieht auch nicht wirklich besser aus. Hm. Also die Taka-Ebene ist auch verflucht. Ich wette, wir werden einen vertrockneten Wächtersprössling hier irgendwo finden. Tja. Müssen wir sogar wohl. Ich meine... Wäre ja schade drum. Was haben wir denn hier? Oh Gott, so ganz im Pink, das sieht schon sehr weiblich aus irgendwie, wenn ihr mich fragt. Oh. Was wird jetzt aus mir? Diese verdammte verfluchte Zone verursacht alle möglichen Arten von Ärger. Und mein wertvollstes Stück ist auch verschwunden. Ach, jetzt weiß ich einfach nicht, wie ich meinen Lebensunterhalt bestreiten soll. Ohne Zweifel ist das das Werk dieser unheilstiftenden Maulwürfe. Ach, ich wette, die waren es, die mich bestohlen haben. Und dazu muss ich mich auch noch mit der schrecklichen verfluchten Zone auseinandersetzen. Aha, Maulwürfe. Okay. Ich frage mich, was jetzt aus dem Dorf Kusa werden soll. Es liegt auf dem Berg Kameji, da wo die große Windmühle ist. Ich habe ein schreckliches Geheul aus dem Schreien dort kommen gehört. Ich bin den Berg so schnell runtergerannt, wie mich meine Beine trugen. Dann wurde mir klar, dass dieses Gebiet ja auch verflucht war. Hm, ich hätte niemals gedacht, dass diese Monster jemals so nah zu uns kommen würden. Es sieht aus, als sei das Ende der Welt nah. Ich frage mich, was jetzt aus dem Dorf Kusa werden soll. Ja, er hat ein schreckliches Geheul gehört. Ja, und das Gebiet ist doch überall verflucht. Ich hatte nur eine kleine Besorgung in Kusa gemacht. Aber jetzt komme ich nicht mehr über die Zugbrücke und kann darum nicht nach Haus. Hm, das ist traurig. Ich glaube, zu dem Händler brauchen wir erstmal nicht und speichern werde ich jetzt auch nicht. Aber wir werden uns auf jeden Fall mal diese verfluchte Zone angucken zum Agatha-Wald. Ja, okay. So, hier gab es gerade Futter. Ich weiß gar nicht, gibt es hier neue Gegner? Aber ich glaube, wenn neue Gegner kommen, dann werden die uns per Zwischensequenz so ein bisschen vorgestellt. Ja, aber hier haben wir sie wieder. Anberaten von Gegnern, die wir natürlich schon kennen. Die aber auch ein bisschen nerviger zu bekämpfen sind. Aber ich denke doch, alles kein Problem für uns. Wir haben jetzt auch eine neue Waffe. Die ist ein bisschen stärker. Von daher. So, jetzt können wir das nochmal mit dem Blühen probieren. Ja, und dafür bekommen wir eine Dämonenzahn. Okay, dann hatte ich auf jeden Fall recht. Irgendwo muss hier noch so ein komisches Kügelchen sein. Oh Gott, ich bin dann direkt reingesprungen. Oh Gott, jetzt verwirbelt er hier wieder so lang. Ich gucke aus da. So. Geht doch. Immer schön drauf, Amy. Gib dein Bestes. Und zum Blühen bringen. Nein. Moment. Bin noch nicht fertig mit dir. Das ist jetzt aber echt gemein. Muss ich glaube ich den... Den komischen... Diese komische Kugel da treffen. Ha, wir haben es auch geschafft. Sehr gut. Da hat man ganz schön viel Zeit für. Okay, sehr gut. Also wir brauchen jetzt hier nicht unbedingt kämpfen, wenn es... Wenn wir nicht müssen. Da können wir die Bomben gebrauchen. Der Rest ist verflucht. Also ist das eigentlich unser einziger Weg? Lass mich bloß in Ruhe, du böse Schriftrolle. Zum berühmten Baum, Kirschbrise. Baum? Hm. Ich frage mich, ob das einer dieser Wächtersprösslinge ist. Ja, höchstwahrscheinlich. Was soll es auch anders sein? Ah, dann, Amy. Komm, lauf. Guck mal hier. So ein paar Pferdchen und so. Ich kann das ja mal kaputt machen. Immerhin ist da manchmal Futter drin. Das ist sehr nützlich. So. Guck mal, hier gibt es ständig Futter. Ach, das sieht einfach wahnsinnig cool aus, finde ich. Oh. Horch, der Ruf des Himmels, der Erde, der See. Sie befehlen mir, das Böse zu besiegen. Ach, er ist schon wieder. Varkar. Varkar, das Geschenk der Götter an die Menschheit ist hier. Hello. Du schon wieder? Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Hast du das kleine Abenteuer mit dem Stamm genossen, das ich vorher gesagt habe? Ja, wenn du mich richtig erinnert, dann hat er das ja uns als Prophezeiung gegeben. Ach, warum du? Hast du hinter dieser Beinahe-Katastrophe gesteckt? Nie? Natürlich nicht. Ich hatte nur einen flüchtigen kurzen Einblick in deine Zukunft. Siehst du, ich habe die Macht zu sehen, was passieren wird. Sogar wenn es etwas ist, das man lieber nicht wissen möchte. Der Möchtegern-Prophet ist wieder am Werk. Wenn du so toll bist, warum hast du dann nicht die Rückkehr von Orochi vorhergesehen? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Hm, was ist los? Hattest du dir die Sprache verschlagen? Excuse me, ähm, hast du etwas gesagt, mein kleiner hüpfender Freund? Ach, das ist... Ach, übrigens, ich habe deinen Kampf mit, ähm, ja, der Spinnenkönigin gesehen. Immer noch ein recht Lama-Versuch, muss ich sagen. Wie konnte ein abgehefteter alter Wolf wie du nur hoffen, die Welt zu retten? Wie lächerlich. Was? Du hast unseren Kampf beobachtet? Und es ist dir dabei nicht in den Sinn gekommen, vielleicht zu helfen? Genug geredet. Es gibt nur einen Weg, das beizulegen. Okay, es ist echt ein komischer Chaos, Leute. Angad, schon wieder kämpfen? Ich weiß nicht, was würde er uns damit, ja, beweisen? Ich meine, dass er stärker ist als wir, glaube ich ihm sogar irgendwie. Ich meine, er macht kommen Anstalten, wenn er uns hier angreift. Aber, naja. Okay, dagegen ist er immun, aber ich glaube, meine Bomben kann er nicht so leicht widerstehen. So, das sage ich doch. Oh. Alter, jetzt schleudert er wieder seine komischen Schwerter. Das ist dasselbe, wenn ich davor auch schon. So, okay. Ich würde sagen, Bomben ist hier das A und O bei ihm. Einfach schön mit der Bombe drauf und dann geht das hier relativ zügig vonstatten. So, wacker, hier. Einer meiner leichtesten Übungen, mein Freund. Ich glaube, da hilft wirklich nur die Bombe. Also, größtenfalls. Genau, reingesprungen. Sehr gut. Oh, wir haben keine Tinte mehr. Ist natürlich schlecht. Du kannst ausgewichen. So, ich denke mal, das gibt ihm jetzt hier den Rest. Sehr gut. Puh. Nicht schlecht, Darling. Was meinst du mit nicht schlecht? Du bist doch ganz außer Atem. Was willst du eigentlich? Oh, ähm, das hätte ich ja beinahe vergessen. Ich hatte eine Frage für dich. Warst du schon am Harami-See, drüben auf dem Shinshu-Feld? In seiner Mitte war die Mondhülle, in der Orochis Geist gefangen war. Eine Sperre blockiert den Eingang, seit den Tsukuyomi entfernt worden ist. Das bedeutet, dass Orochi immer noch da drin ist. Ich möchte durch die Sperre und die Höhle betreten. Aber ich werde den Lindwurmkristall benötigen, um das zu schaffen. Du weißt nicht zufällig, wo er sich befindet, oder? Warum musst du dein Schwert ziehen, nur um das zu fragen? Und warum willst du überhaupt in Orochis Höhle? Ach, ähm, das weißt du nicht? Alright. Hm, also, diese große Windmühle... Ja, auf jeden Fall werde ich ihn alleine finden müssen. Aber bevor ich mich von euch verabschiede... ...habe ich noch eine Prophezeiung. Ich sehe eine verschwundene, hundeschwierige Aufgabe. Aha. Goodbye, Baby! Okay, also, wenn in dem Spiel einer merkwürdig ist, dann ist es auf jeden Fall nicht Issun oder Amy, sondern Waka. Hey, Amy, ähm, lass uns anstrengen und den Lindwurmkristall vor Waka finden. Gute Idee, Issun. Ich kann mir nicht helfen, aber ich habe das Gefühl, dass er nichts Gutes im Sinn hat. Und vielleicht finden wir auch eine neue Technik für deinen göttlichen Pinsel. Na, dann mal nichts wie auf, wo auch immer dieser Lindwurmkristall sein soll. Aber wir haben gut gekämpft, das gab ordentlich Geld. Sehr schön. So. Mal gucken, was denn da? Bläschen? Hm. Das sagt mir jetzt irgendwie gar nichts, warum sind da Blasen? Merkwürdig. Oh Gott, Amy, nein, nicht ertrinken. Nicht ertrinken. Und ich weiß, ich bin böse, ich schicke es immer wieder ins Wasser. Ach, was denn das? Die Dinger gehen gar nicht kaputt. Hm. Das ist schön. Weh, Amy, es tut mir leid. Okay. Oh Gott, Leute, ich komme nicht klar hier. So. Laufschritt. Amy, lauf, lauf, lauf. Können wir den kaputt machen? Jo. Wäre lustig, wenn da irgendwie Essen drin wäre oder sowas. Weil das absolut keinen Sinn ergeben würde. Oh, klasse, hier gibt es überall Samen. Ein bisschen Grünzeugs. Und eine brennende Truhe, Leute. Da können wir leider auch noch nichts machen. Böse, böse, böse. Ich finde das gemein. Wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen Wasser hier hätten, aber nö, das klappt auch noch nicht. Wir müssen auf jeden Fall noch warten. Ich weiß gar nicht. Ich werde das bestimmt alles vergessen. Aber gut, vielleicht verlässt mich ja mein Gedächtnis mal nicht. Und ich merke mir, dass hier noch brennende Truhen waren. Ach man, hier sind überall versteckte Schätze und sowas. Und wir kommen da einfach nicht ran. Aber gut. Seht, da hinten unser Ziel. Sehr, sehr cool. Kämpfe brauchen wir eigentlich jetzt nicht. Aber hier, so ein paar Bäume könnten wir eigentlich schon haben. Ich weiß nicht. Ich glaube, dank der verfluchten Zone wird das noch gar nicht klappen. Na doch, oder schon. Dann machen wir das natürlich gleich. So, das sind wieder zwei Bäume hintereinander. Och, Menno. So, jetzt fühl ich mich aber verarscht. Geht doch. So muss das immer laufen. Und zwar sofort. Okay, da ist die Brücke kaputt. Aber ich denke mal, auch das Problem werden wir lösen können. Ich gucke mal schnell hier oben, ob wir hier noch irgendwas finden. Schätze überall, sage ich nur. Die Musik viel zu entspannen. Die können glatt wieder einschlafen. Ich hatte zwar heute nur Schule, aber irgendwie... Ich finde das manchmal sogar anstrengender, als zu arbeiten. So, haben wir irgendwelche Hilfsmittel? Nö. Können wir das malen? Ah, das sieht gut aus. So. Brücke repariert. So soll es sein. So, mein kleines Bäumchen. Mal gucken. Haben wir noch irgendwas? Nö. Na dann. Wenn wir dich mal zum Blühen bringen. Ich hab's heute nicht drauf mit Kreise zeichnen. Das wird nix. Ja, aber ne Sonne krieg ich hin. So. Geht doch. Aber sehr schön. Scheint die Sonne wenigstens auch gleich noch. Doch, es ist... Wirklich wunderschön immer. Ich finde Musik so toll. Ich weiß gar nicht... Ich liebe den Soundtrack. Ich hör den manchmal echt drauf und runter. Es sind extrem viele Songs. Die Taka-Ebene ist jetzt wieder normal. Ohne die Verflugzone wird es einfacher werden, Pinseltechniken zu finden. Als erstes hat diese große Windmühle wirklich mein Interesse geweckt. Hatte dieser Möchtegern-Profit nicht etwas darüber gemurmelt? Hm, ach was soll's. Sie läuft uns ja nicht weg. Lass uns mal die Taka-Ebene erkunden, okay? Ich mach mir ein bisschen Sorgen um die Leute, die hier in der Nähe leben. Joa, okay. Dann erkunden wir doch erstmal die hübsche Taka-Ebene. Eigentlich ist ja hier alles hübsch in dem Spiel. Was? Füttern, füttern, füttern. Vögelchen? Gern doch. Glück ist gut. Ich glaub mittlerweile brauchten wir 200 Glückspunkte für so ein neues Tintenfass. Äh, Amy, was machst du? So. Ich weiß nicht, hier werden jetzt wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Tiere erschienen sein. Nehme ich an, hoffe ich einfach. Ja, sag ich doch. Grünzeug haben wir ja echt genug. Und der gute Gary meinte ja, Schwein und Affen sind ja im Grunde genommen alles Fresser. Dass Affen alles fressen, das weiß ich, aber ich glaub die Schweine hier in dem Spiel nicht. Meines Erachtens nach. Das müsste ich eigentlich mal ausprobieren. Ich hab ja, vorhin hab ich ja, oder letztes Mal hab ich ja ein bisschen ein bisschen Fleisch hingeworfen. Oder waren das Samen? Ich probier's mal mit Grünzeug beim nächsten Mal. Oder mit Fisch. Das wär immer ganz nett zu wissen. So, haben wir hier noch irgendwas an Tierchens? Ja, Pferde. Fantastisch. Ich sag mal so, im Grunde genommen, klar, die Sichtweise der Objekte ist jetzt nicht wirklich hoch, aber man rennt ja trotzdem irgendwie da an allem vorbei. So, dass man das eigentlich nicht verpassen kann. So ein paar Vögel, ja auf jeden Fall, aber so große Tiere wie diese Pferde hier sind, glaub ich, nur schwerlich zu übersehen. Und hier haben wir so ein schönes, ja so ein schönes, ja so eine schöne Blüte. Juhu. So, wo will sie uns denn eigentlich hinführen? Gibt's noch ne andere? Ach da. Sehr gut. Wo ist er mir flieg? Ich erkenne nix. Ah doch, da oben. Jetzt weiß ich, wo wir hin müssen. Pass auf, und dann ist da irgendwas, was wir noch gar nicht benutzen können. So, die öffnet sich gerade, dann funktioniert das natürlich auch schon. So. Schöne Luft-Kombo hier, das gefällt mir. So. Ach, da bist du ja. Juhu. Oh, guck mal, wir sind sogar... Boah, das ist gut. Das ist richtig gut. Ich denke, das sind drei Kleeblätter. Clover. Ja. So. Und wenn es hier noch eins ist, probiere ich die mal wieder beide zusammen zum Blüten zu bringen. Müsste ja eigentlich funktionieren. Ja, habt ihr gesehen, ich hab das echt gut drauf. Juhu. Können wir uns eigentlich schon wieder irgendwas leisten hier? 250. Ach, wisst ihr was? Ein bisschen Energie ist nicht schlecht. Tentenfässer sind dann doch ein bisschen teurer. Ja, okay. Springen wir runter, oder? Ja, würde ich sagen. Jibiii. Es tut uns natürlich nicht weh, denn wir sind ein Gott. Ja, also. Wer jetzt hier denkt, dass uns das irgendwie irgendwann mal schaden könnte, nie im Leben, ist egal wie hoch es ist, wir überleben alles. Finde ich aber auch eigentlich nur gerecht. Ja, so als Gott. Muss man das schon können. Oder abkönnen. So, ein dezenter Sprung hier durch die Mitte. Juhu. Warum, wir sind mal nicht im Wasser gelandet. Ach, guck. Ach, Füchse, Leute. Sehr cool. Was wollt ihr denn haben? Fleisch. Das ist ja süß. Füchse haben wir noch gar nicht gesehen. Das ist gar nicht. Wären die eigentlich böse, wenn ich die jetzt hier mal so ein bisschen annommse? Ach, ach, das ist ja putzig. Wir können so einen kleinen Fuchs hochnehmen. Oh, Gott. Das ist wirklich viel zu süß eigentlich. Das verkrafte ich gar nicht. Was haben wir denn hier? Ach, sehr gut. Das war vorhin aber noch nicht da, oder? So. Sehr gut. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht, dass hier irgendwie auf dieser, auf dieser Trip oder auf dem Gang nach oben auch noch irgendwelche Tiere rumlungern, aber ich glaube es nicht. So. Oh Gott, das sieht doch schon viel schöner aus, oder Leute? Hier kann man, kann man leben. Und da ist noch so ein komisches Dämonentor. Ich würde sagen, das ist das Letzte, was wir für heute machen. Den Rest schauen wir uns beim nächsten Mal an. Wollen wir mal hier durch. So. Oh Gott, ne. Eklig. Will ich nicht. Kann ich nicht gebrauchen, sowas. Ja, ihr könnt euch drehen und wenden, wie ihr möchtet. Sag mal. Äh. So, willst du hin? Nerven. Bin will du. Sag mal. Das will aber auch meistens nicht klappen, oder? Irgendwie so das Gefühl. Manchmal will mich das Spiel einfach nur ärgern. Ah, okay. Gut. Die kriegen wir auch noch klein. Flup, flup, flup. Komm, her mit so einem Spuckteil. Oh Gott, nein. Dann will ich mich auspeitschen. Verrückt, ey. So. So, da kommt das Ding. Sehr schön. Ja, mein Freund. Da rechnen die wahrscheinlich immer gar nicht mit. Dass man die ja aufklappen kann. Wir schaffen das natürlich. So. Das Ganze mal so ein wenig von oben. Ich hab das auch deutlich besser. Yippie. Yippie. So, mal gucken. Ach, es wird einfach immer, immer schöner hier. Ich glaub, wir sind sogar irgendwo Tiger. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Da wo Bambus ist, da sind dann auch die Tiger nicht fern. Leute, die sind relativ gefährlich. Also die darf man nicht einfach mal so annomsen. Ich mein, wer legt sich schon gern mit dem Tiger an. Aber ich kann's ja trotzdem mal probieren. Am besten, ich rempe die Wand. Oh, die gucken schon so ein bisschen grimmig. So. Ja. Uah. Hilfe. Ich bin ja ganz artig jetzt. Ich mach ja nichts mehr. Ich stell mich jetzt irgendwo in Sicherheit hin und dann ist gut für heute. Ja. Okay. Ach man, so ein Part vergeht immer viel zu schnell. Ich hab ja schon überlegt, ob ich nicht irgendwie nur 25 Minuten Parts machen möchte. Aber, ich weiß nicht, vielleicht starte ich da mit einer kleinen Umfrage oder sowas. Wo ihr abstimmen könnt. Aber ich find 30 Minuten eigentlich noch okay. Aber länger werde ich auf jeden Fall keine Videos mehr machen. Ja. Wie dem auch sei. Ich hoffe natürlich, vielmals hat euch heute gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns die Taka-Ebene weiter, ja, angucken. Bis zum nächsten Mal.